Das ist unser erstes Bungalow im Bayfuel Ressort auf Pipi. Von der Bungalow Terrasse kann man sich schön den Sonnenuntergang angucken. Es gibt viele Tiere, zum Beispiel Affen, Varane und Geckos, aber alles ist sehr weitläufig und hügelig. Wir sind auf Pipi, erstmal ein bisschen mit Pipi. Na ja, schade. Pipi-Alben kann man bei Abwetter nicht einstellen. Ja, wir haben ein Unwetter. Ja, deswegen habe ich meine Höhle. Dann nehmen wir einfach mal Dresden. Genau, wie der Dresden ist. So. Und die Stehlen. Die Dauernsäulen sind was ganz Typisches. Ja, da drüben ist die Kirko-Familie, die da wohnt. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt geht er unten drunter wieder. Die Kinder haben nämlich auch nicht so ein bisschen zufrieden. Guck, die Augen reflektieren, das Licht. Wir sind nach einiger Zeit dann nochmal zum Andermann Beach Resort gewechselt. Dort sind die Bungalow einfacher und stehen näher zusammen. Dafür sind aber die Wege nicht zu lang und es ist nicht so hügelig. Brot konnte man direkt vom Resort am Strand essen und dabei den Sonnenuntergang sich angucken. Es gibt viele Katzen, deswegen ist Pippi ja auch als Katzeinsel bekannt. Es ist auch direkt am Strand und hat einen schönen Pool. Wir sehen uns auf jeden Fall.